hey freunde was geht und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leute ihr könnt schon sehen wir machen heute wieder eine neue folge von fortnite skywars modus in fortnite von fortnite skywars in fortnite ja leute wir machen heute einen skywars modus und mit dabei haben wir bruder was geht bruder ich hab auch einen digga aber meiner ist aus platin und so dann ist schmock hier noch mit dabei was ist da los tschüss digga sorry bruder hast du gerade dinge ins energy getrunken oder was ganz auf energie gerade und ich würde sagen wenn die skywars nicht kennt dann kommt jetzt der erklärungspart wenn ich nicht vergessen habe leute ja das letzte video aber leute bevor das video anfängt wenn ihr noch kein abonnenten endet das jetzt gerne abonniert meinen kanal und drückt auf diesen button drauf und aktivite glocke leute und ohne glocke geht es einfach nicht mehr wenn ihr komplett übertreiben wollt geht gerne in den shop rein und stellt mich da als creator leute einfach unten rechts drauf klicken im item shop ein kid mev eingeben akzeptieren leute und das war's leute ihr habt davon keine nachteile und helft mir richtig weiter leute ich würde sagen reich ist mit der werbung fangen wir an mit dem video ich würde sagen jeder nimmt sein kit jetzt ich glaube ich will das assassinkit digga und dann leute geht es auch schon rein in die map ich will das bohren ist das assassinkit reserviert wenn du es nimmst ja ja gut du kannst es auch haben dann nehme ich ne ich nehme chemiker so ach ja jungs jeder braucht eine flintenachtpistole ne ich spiele militärkid schmucki militärkid alter ok ok digga also respekt ok leute und wir sind jetzt auch schon auf unseren inseln drauf ihr könnt schon sehen leute hier ist die mittlere insel da hinten ist wahrscheinlich die von einem anderen da hinten noch eine auf der ganz anderen seite ist halt noch eine in der leute ich würde sagen seid ihr bereit mit dem assassinkit ist glaube ich ganz geil dann geht's los und 3 2 1 let's go und wir fangen erstmal direkt an hier loot zusammen und sowas man kann jetzt gerade zwar meine materialien nicht sehen weil ich es ausgestellt habe aber egal kann eh nur 500 metz haben ok nice digga die war schon mal ganz geil ich gehe mal direkt nach unten leute nutze hier die nächste kiste ok oh warte ich glaube die sind geil weil leute die ganze inseln sind ja auch in der luft das heißt wenn man runter fällt ist man auch tot man hat nur drei leben sprich wer alles in der drei leben verliert ist halt komplett raus leute ich gehe mir direkt mal die dritte kiste ok ok kann man machen kann man machen und willst du mir verraten ab wann dürfen die mitte was 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 alter er wurde die mitte kannst du eigentlich schon machen als eigentlich rein rushen da hinten will irgendwer schon rüber laufen komm 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 nein ich bin in der mitte bin in der mitte so leute und ihr könnt schon sehen in der mitte gibt es natürlich noch ganz ganz andere oh ach so schmocki wo bist du hin was machst du für leben lang jungen auf geht's alter das assassin kill ist ja anders geil nein nein komm alter jungen wir habe ich gerade noch überlebt tschüss so gönne ich mir ganz gut die verbände von dking danke bruder ihr könnt auch nebenbei die aufnahme von dking sehen und so weiter leute das heißt ihr habt mich nur meine sich bei dieser aufnahme was ich habe zwei glaube ich bin einmal gestorben ja das eine mal wurde das eine mal wo du gestorben das war ganz geil schmocki aber richtig keine war das spaß gemacht aber schmocki ja ich würde mal darauf achten wo du hinläufst ja schmocki hier kannst du nix dann bauen die gerne wo bist du hin wo bist du hin ja was was wer mit seinem bogen oh mein gott ok leute ich glaube das ist ein schicksal das ist das ist ein zeichen ich hole mir jetzt auch den bogen leute jetzt mein zweites leben rein und jetzt werde ich rasieren ok leute und ich lande wieder auf meiner insel von daher geht es wieder weiter für mich was oder ich bin gerade erst gelandet muss ich jetzt auf ganz chillig spielen oder was wieder mit dem baukünsten des jahrhunderts wieder von der seite so ich habe noch ein leben ok wurde dein letztes leben klinge noch irgendwo meine waffen nee die sind auch alle weg jetzt schmocki alle in der mitte wir hatten wir hatten meine punk geklaut ich danke schmocki danke für die punk habe du bist gerade nicht im flug wo ist meine waffe kommt an mir vorbeigeflogen und gibt mir kein problem schmock ja baby ach ach man gibt mir so krass in seinen aufnahmen immer du hattest gar nicht meine punkte hatte eine punkte aber wo die liegt hier nirgendwo ich kann sie nicht finden okay leute ich habe ein rift ihr müsst das wissen bei dieser map ist ich habe sogar das rift job benutzt alter ich kann doch nicht sein ich habe ein letztes leben habe alter wie viele leben noch das leben ist raus okay leute dann haben wir jetzt alle unser letztes leben und gegen das sogar raus ich muss mir jetzt echt überlegen was für ein kit ich mir nehme also das jägerkit ist so geil auf fernkampf aber ich glaube gegen schmocki brauchen wir echt als eine ok also lebt es nur noch schmocki ja fuck wie viel leben hast du habe 110 du hast mehr als ich echt ich habe 100 ich bin auch gerade dabei bruder aber ich habe das geilere kit oder welches hast du aber ich habe mittlerweile echt geile waffen von den leuten echt was hast du alles so würdest du mir erzählen goldene shotgun graue m4 und wer schleicht sich hier gerade an mich rein nein ich dachte es funktioniert ich habe keine mats halts maul ich habe keine mats schmocki mann gegen dich ist das nicht fair das macht keinen bock gegen schmocki es macht keinen bock gegen schmocki was ich dachte ich habe mich selbst runtergekickt was okay ja das ist spannend das ist null spannend 9 hp aber gut leute haben wir die runde sogar fast noch gewonnen ich würde was sagen kommen wir direkt zur zweiten runde leute und dieses mal starten wir mit einem ganz anderen jetzt und ich glaube bei der zweiten runde fange ich mal direkt mit dem bogen schützen ja bruder habe mir tut mir leid aber ich muss schnapp machen so und ich würde sagen dass dieses mal gehe ich auf die insel von spieler nummer 1 ich bin wieder auf zwei ich bin wieder drei also leute los geht's wir springen jetzt hier rein in die insel und wenn alle ready sind können wir auch starten also jungs already ja habibes da würde ich sagen jetzt los in drei zwei eins let's go und erst mal direkt wieder kisten noten so okay das ist schon mal gut die ganze ar haben aber ich will irgendeine nahkampfwaffe metz haben wir auch hat eine bessere idee push direkt in die mitte jungs auf geht's nach oben wie komme ich da hoch so und ich bin so am arsch ich hätte nicht laut sagen sondern dass ich in die mitte gehe ja wer ist denn da oben mit dem busch jetzt reicht's nein 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 schocki schau versprochen oben bei dir ok lass mich in ruhe nein nein mann das ist doch fürs kind ich dachte ich hab ne geile taktik alter dann muss ich wohl mein assassinkit nehmen leute lol meine waffen liegen sogar noch hier höh seid ihr dumm oh ja hab ich jetzt zwei kids geil ich hab den kitting nicht gefunden leider Buben digger weg mit dir hi D-King nein bruder hi D-King egal ich geh weg was er riftet was ein typ digger kein bock auf stress digger oh mein gott die war verliegt ja auch noch hier aber ihr wisst ne bau Junge ich wollte nein hast mir so die Erde genommen oh mein gott digger wie er dachte ich sehe ihn nicht ja so ok Leute jetzt hab ich richtig geiles loot ja gut dass alle wieder von 10 Seiten schießen hallo hallo wo bist du hört doch mal auf ich will nicht angegriffen werden alter so vergess es digger oh mein gott oh mein gott ich muss echt aufpassen dass ich hier nicht runterfalle D-King was war das ähm ein Schuss in dein Gesicht pff ok Leute die zweite Runde läuft gar nicht gut für mich oh bist du ganz da ich hab auch nur noch ein Leben Burak ah ah Burak komm zeig dich ich bin bei deiner Mutter guck mal ich bin doch kein einziges Mann gestorben was Burak vielleicht läuft oh lol was ich bin bei Achmed Achmed hat sich gerade so echt wappen dass er diese Dingeskanone auf mich gefeuert hat und sie selbst aus deinem App raus als ob doch nein ja Leute ich würde sagen das war es mit diesem Video die zweite Runde kannst du direkt das Ding was man hinten ah halt die Schnauze ich bin raus Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da Leute checkt auf jeden Fall nicht die Jungs ich ciao